Männlichkeit leben, der Podcast für Männer von Björn Thorsten Leinbach. Willkommen zum Podcast Männlichkeit leben. Hier erfährst du, wie du ein aufregendes und spannendes Leben als Mann führen kannst. Heute stelle ich wieder einen weiteren Schritt zur Stärkung deines Mannseins vor. Es geht um das Thema Männlich, frei, mutig. Drei Adjektive, die zum Mannsein sehr essentiell dazu gehören. Männlich oder Männlichkeit, frei oder Freiheit, Freisein, der Mut oder das mutige Handeln. Hierüber möchte ich sprechen und zwar ganz besonders in dieser Zeit. Ich habe schon viele Podcasts gemacht zu, ich sag mal, Friedenszeiten, wo Männlichkeit einfach in normalen alltäglichen Situationen trainieren kannst. Eine Frau ansprechen, dich als Mann zeigen, der Eier in der Hose hat, der was riskiert, der flirtet. Männlich sein, in Bezug auf Schmerzen, auf Abenteuer, auf Herausforderungen. Frei sein heißt das, zu tun, was du kannst, was du willst, wozu du stehst, was dir Freude macht, die eigenen Ängste überwinden und eben mutig sein, sich den Ängsten zu stellen und die Dinge zu machen, denen du sonst aus dem Weg gehst. Zu diesen persönlichen Themen habe ich einige Podcasts schon gemacht und auch viel geschrieben. Wir erleben gerade die Umgestaltung unserer Gesellschaft weg von genau diesen Dingen. Ein immer unmännlicheres Leben in vermeintlicher Sicherheit, eine Abschaffung von Freiheiten, von Grundrechten, von essentiellen Freiheiten, die wir für selbstverständlich gehalten haben und eine große Ängstlichkeit. Und darüber möchte ich reden. Darüber müssen wir reden. Denn ich kann ja nicht einfach so tun, wie andere das machen, als wäre jetzt gar nichts, als wäre noch 2019. Es hat sich in diesem über einem Jahr Lockdown und angeblicher Pandemie sehr viel verändert in unserer Gesellschaft. Und es ist nicht zu Ende. Und ich glaube, die letzten merken schon nächste Woche und übernächste Woche und nach den Ferien und vor den übernächsten Ferien und mit dem neuen Inzidenzwert und wenn die Impfung kommt und 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 ist das Ganze nicht zu Ende. Wir haben eine Umgestaltung dieser Gesellschaft. Die hat zur Folge, dass wir keine Seminare mehr geben können, schon lange. Und Zusammenkünfte, Kultur, Psychologie auf Grundeis gelegt, dass Menschen vereinzelt und isoliert werden, immer mehr im digitalen Leben. So, was kannst du tun? Was kannst du für dich tun in dieser umgestalteten Gesellschaft? Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, sein Schlupfloch zu finden. Naja, da macht man halt nur noch digitales, sitzt halt nur noch am Rechner, ist dann halt alleine und Sex kannst du ja digital machen auf den Pornoseiten und Freunde trifft man dann im Chat oder auf einer Zoom-Konferenz und die Seminare und Fortbildungen ebenso online und das Essen bestellst du dir auch nach Hause. Naja, und da sitzt man halt zu Hause alleine und macht sich das so gut es geht, da gemütlich, Homeoffice auch, muss sich nicht mehr mit den Kollegen rumärgern und im Stau muss man auch nicht stehen und das hat ja alles seine guten Seiten. Du wirst dann aber leider sehr unmännlich. Digitalisierung schwächt deine Männlichkeit. Jede Stunde vor einem Smartphone oder dem PC schwächt dich in deiner Männlichkeit. Ich habe viel in meinem Buch Internetporno dazu geschrieben oder Ekstase statt Porno, da in Bezug auf die Pornografie, aber es betrifft die gesamte digitale Kultur. Du sitzt herum, du bewegst deinen Arsch nicht, der Puls ist unten, du atmest extrem flach. Es passt ja eine Sauerstoffunterversorgung und was passiert ist, du wirst nur in deiner mentalen, abstrakten, logischen Seite, wirst nur da gefördert und du konsumierst zusätzlich. Du wirst passiv, antriebslos, willitschwach. Dir geht die Geileit weg. Du wirst durch den niedrigen Atem, dein Immunsystem wird geschwächt. Du wirst wehleidig. Du wirst ängstlich. Du wirst verkopft. Du verlierst den Bezug zu deinem Körper und zu deinen Gefühlen. Mit jeder Stunde Internet, mit jeder Stunde, die du digital unterwegs bist. Deshalb sage ich, Digitalisierung entmännlicht die Männer. So wie Pornos dich impotent machen, habe ich in meinem Buch und auch in einem entsprechenden Podcast schon viel zu geschrieben. Komm weg vom Internet. Komm weg vom Rechner. Komm weg aus dieser digitalen Welt und geh raus, egal ob es gerade regnet. Zieh dich aus, spring ins Wasser rein. Es ist kalt und dann spürst du dich als Mann. Es kribbelt alles. Deine Eier tun weh und deine Füße tun weh in dem eiskalten Wasser. Aber du fühlst dich als Mann. Der Atem geht tief. Die Haut wird rot. Du spürst deinen Körper wieder. Deine Emotionen gehen hoch. Mach Kontakt mit Frauen. Sorge dafür, dass du dich männlich fühlst. Und das heißt, du kommst in die analoge Welt. Tu etwas mit deinen Händen, mit deinem Körper. Ob du Handwerk machst, ob du Sport machst, am besten draußen. Ob du in der Erde buddelst, ob du Feuer machst, ob du mit Kindern spielst. Aber mache etwas konkret mit deinem Körper. Körperlich tätig werden. Führt dazu, dass du dich männlicher fühlst, dass du dich geiler in deinem Körper fühlst. Zur Männlichkeit gehört die Emotionen. Tu Dinge, die dir Spaß machen. Lass dir das nicht verbieten. Hör auf, dir alles verbieten zu lassen und zu kuschen. Männlichkeit heißt, für deine Dinge einzustehen. Und das heißt, die Dinge auch zu machen, in denen du dich männlich fühlst. Wenn das Biken ist, ist das Biken. Wenn das Kampfsport ist, ist das Kampfsport. Such die Wege. Lass dich nicht isolieren. Lass dich nicht vereinzeln. Das ist die Strategie seit einem Jahr, die Menschen in immer abartiger Form zu vereinzeln. Also mache Kontakt. Halt dich nicht an die Regeln. Ein bisschen Zivilcourage braucht es. Abgesehen davon werden die Bußgeldbescheide sowieso alle eingestellt, weil die Gerichte kommen nicht nach. Und die sind sowieso illegal, was da passiert. Gegen die Menschenrechte. Gegen die Grundrechte. Gegen die Verfassung, was da passiert. Halt dich nicht dran. Treff die Menschen, die dir wichtig sind. Mach persönliche Kontakte. Und mach direkte Kontakte. Nimm die scheiß Maske ab. Die macht dich krank. Die schützt nicht und macht dich krank. Schaff Distanz. Du musst den Mund sehen. Frauenmünder sind doch, nicht alle, aber können wunderbar sein und zauberhaft sein. Natürlich macht das einen Unterschied. Sprechst du mit einer Frau mit Maske oder siehst das Gesicht für Kinder. Essentiell der Unterschied. Nimm die scheiß Maske ab. Vor allem bei Kindern. Vor allem wenn du flirtest. Mit Freunden. Mit Menschen, denen du einen direkten menschlichen Kontakt machen willst, ist die Mimik ganz entscheidend. Es geht nicht nur um die abstrakten Inhalte. Wir intellektualisieren unser Leben immer mehr. Wir kommen immer weiter weg von unseren Herzen und von den sozialen Kontakten. Und all diese Elemente, die da installiert werden, führen uns weg von uns selbst, bringen unser Energienive runter, führen uns weg von den Menschen. Also mach direkten Kontakt. Suche die Kontakte mit den Menschen und nimm die verdammte Maske ab. Riskiere mal was. Männlich sein heißt, dich als Mann zu fühlen. Mache die Dinge, wo du dich als Mann fühlst. Und du kannst dich nicht als Mann fühlen, wenn du stundenlang vor dem Computer oder dem Smartphone sitzt. Das ist ein Widerspruch. Komm in die analoge Welt. Mache was. Und einfache Dinge wie das Hausputzen oder Obst schneiden oder kochen oder den Garten zu pflegen. Alltägliche Arbeiten, Wäsche waschen, wie auch immer. Selbst die sind besser als die scheiß digitale Zeit. Ist jetzt nicht fürchterlich aufregend. Ich weiß. Und doch führt dich das eher zu dir. Du atmest tiefer. Der flache Atem vor dem Bildschirm ist nachgewiesen. Du atmest flach. Und der flache Atem bringt dein Energienive runter. Du kommst auf Sparflamme. Du wirst zu einer Knopfzelle. Genau das ist intendiert. Eine erbärmliche, ängstliche, unterwürfige Knopfzelle, die jeden Scheiß mitmacht, die manipulierbar ist. Sorge dafür, dass du ein Starkstromgenerator bist. Das ist Ziel des Herzensstriegertrainings. Aus dem Männern echte Starkstromgeneratoren machen, die vor Funken sprühen, vor Weidenschaft, vor Begeisterung, vor Power. Und das ist Intention. Und das kannst du zum Teil alleine machen. Indem du Dinge machst, die du wirklich mit Begeisterung machst, die dich dazu bringen, dass du voll und tief atmest. Das ist geiler Sex. Das ist Sport. Das sind handwerkliche Tätigkeiten. Das ist Bewegung an der frischen Luft. Das sind Dinge, die dich aufregen. Wenn du eine schöne Frauen sprichst, dann geht der Puls hoch. Wenn du nicht völlig abgebrüht bist. So, du atmest tiefer. Wenn du streitest mit jemandem, zum Beispiel, weil du keine Maske auf hast, dann geht, wenn du nicht total cool bist, dein Puls hoch. Du wirst tiefer atmen. Du fühlst dich lebendig. Das sind alles Nebeneffekte. Einer der zentralen Kritiken von mir an dem ganzen Pornoscheiß sind nicht die Inhalte oder die schlechten Filme oder die Erniedrigung der Frauen oder so, sondern der zentrale Punkt ist, was in deinem Gehirn passiert. Du machst nur noch Hirnfick. Sex passiert nur noch in deinem Hirn und nicht mehr in deinem Schwanz und auch nicht in deinem Herzen. Das macht krank. Und du atmest nicht. Du musst voll und tief atmen. Die Tiefe des Atems, die Intensität des Atems, der Körperlichkeit hat mit Männlichkeit zu tun. Deshalb sind meine Seminare auch nicht online. Ich werde auch keine Online-Seminare machen, weil ich das völligen Schwachsinn halte. Profitieren tun nur die Anbieter. Noch mehr Stunden vor dem Bildschirm, noch mehr Hirnfick. Was für ein toller Typ du bist. Selbstverarschung. Die Seminare funktionieren nur, wenn man schwitzt, wenn Schweiß fließt, wenn Tränen fließen, wenn Blut fließt. Wenn wirklich man etwas riskiert, wenn man ganz im Körper ist, wenn man intensiven Kontakt mit anderen Männern hat, wenn man einige Grenzen auslotet. Das ist Leben und das macht Männern zu Männern. Das war schon die gesamte Menschheitsgeschichte so. Noch nie haben Männer den ganzen Tag vor einem Gerät gehockt, die Augen fixiert, die sowieso dann kaputt und krank werden und irgendwelche Hirnficksachen gemacht. Das hat es in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben und das gibt es auch erst seit ein paar Jahren. Und es nimmt gerade, das ist Intention dieser ganzen Maßnahmen, massiv zu. Du bist manipulierbar. Du lebst nur noch in einer sekundären Welt, sekundäre Informationen. Du riechst nichts mehr, du schmeckst nichts, du fühlst nichts. Du hast keinen abenteuerlichen Tag erlebt, auf den du stolz bist. Wenn du mit deinem Mountainbike Rekordzeit den Berg geschafft hast, wenn du durch den Fluss geschwommen bist, der kalt war, wenn du mit einer schönen Frau geflirtet hast, wenn du mit jemandem gestritten hast und hast dich durchgesetzt oder hast deine Position vertreten. Das sind Dinge, die machen dich zum Mann, die machen dich stolz, weil du dir selbst etwas bewiesen hast, weil du dir selbst treu gewesen. Also vor einem Monitor zu sitzen, macht uns krank, macht uns unmännlich. So im Hintergrund meine Kinder. Auch das macht dich männlich. Mit den Kindern spielen, raufen, was Entscheidendes machen, was dir Spaß macht. Einfach Spaß mit den Kindern haben. Auch das gehört mit dazu. Das ist das Thema Männlichkeit. Das zweite Thema ist Freiheit. Wir haben immer gedacht früher, bis vor kurzem, bis vor einem Jahr. Das ist doch ganz normal, dass man hingehen kann, wo man will, dass man treffen kann, wen man will. Das alles wird uns untersagt. Ich glaube, die Letzten glauben diese ganze Story auch nicht mehr. Nicht mehr überzeugt, dass wir hier unsere, die Regierung das Beste will für uns, dass es ein tödliches Virus gibt, dass du dem Tode geweiht bist, sobald du die Haustür verlässt und andere Menschen triffst. Ich glaube, das ist jedem mittlerweile klar geworden. Die Menschheit ist nicht kurz vor dem Aussterben. Die deutsche Bevölkerung ist nicht dramatisch reduziert worden, wie im Zweiten Weltkrieg oder bei der Best. Es geht um was anderes. Es geht um die Freiheiten. Und die Frage ist natürlich, wie wichtig sind dir Freiheiten? Was bedeutet für dich, frei zu sein? Frei sein heißt nicht, dir eine Harley Davidson zu kaufen. Heißt auch nicht, irgendwie den ganzen Tag nur surfen oder kiten zu können. Heißt auch nicht, unverbindlich zu leben oder sondern Freiheit. Ja, was heißt das für dich? Was bedeutet Freiheit für dich? In was? Nicht nur für dich persönlich. Was muss gegeben sein? Es hängt eben nicht nur von dir persönlich ab. Das war die Intention bis vor kurzem meiner Seminare. Deine persönlichen Freiheiten, deine persönlichen Blockaden zu erkennen, die Freiheiten auszuweiten, die persönlichen Begrenzungen zu befreien. Die gibt es. Aber im Moment werden wir als Gesellschaft damit konfrontiert. Was bist du bereit aufzugeben an persönlicher Freiheit? Bleibst du brav zu Hause, wenn das gefordert wird? Triffst du andere nicht? Bist du gehorsam? Schränkst du freiwillig deine Freiheit ein? Willst du in einem Land oder einer Welt leben, wo du als ein besserer Sklave gehalten wirst? Wo dir immer absurdere Verordnungen im Wochentakt diktieren, was du darfst und was du nicht darfst? Wo du, wenn du essentielle Dinge machst, wie Menschen treffen, rausgehen, kriminalisiert wirst? Ist das die Gesellschaft, in der du leben willst? Es braucht Zivilcourage, wenn du für deine Freiheit eingestehst. Natürlich kann man sich auch in einer Diktatur, auch bei Abschaffung von Menschenrechten, auch bei absurden Verordnungen sagen, es gibt ja auch noch andere Freiheiten. Ich kann ja auch zu Hause sitzen und meditieren. Natürlich kannst du das. Du kannst auch im Knast gewisse Freiheiten haben. Aber ist es das Leben, was du dir wünschst? Ist es die Welt? Ist das diese Welt jetzt gerade, die wir unseren Kindern und unseren Enkeln hinterlassen wollen? Schau dir mal an, die Kinder auf den Spielplätzen, in den Kitas, in den Schulen, ist das, was du den Kindern wünschst? In Reihe und Glied, gedemütigt, hinter Masken versteckt, als potenzielle Virenschleudern bezeichnet, als Gefahrgut, Gehirnwäsche täglich, Angsterzeugung. Schau mal an, was sich da verändert hat. Ist das das, was du weitergeben willst? Ist das die Welt, die du mitschaffst? Und jeder, der sich fügt, schafft es mit. Die schlimmen Dinge in unserer Welt werden nicht nur durch böse Diktaturen oder durch böse Wirtschaftsbosse oder wer auch immer geschaffen. Nein, das sind vor allem die Mitläufer, die sagen, das ist die Verordnung, das ist das Gesetz, das ist die Weisung. Das sind die, die einfach Schiss haben, die einfach ihre Freiheit opfern und mitmachen. Also überlege dir, in was für einer Welt willst du leben? Was heißt Freiheit für dich? Soll der Staat alles regeln? Bist du brav und gehorsam? Bist du ein braver Untertan? Und was heißt deine Freiheit? Natürlich geht es darum, bestimmte Regeln zu akzeptieren. Natürlich kann man nicht einfach links fahren und den Verkehr dadurch gefährden. Natürlich gibt es gewisse Regeln, die es einzuhalten gilt. Was gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen einem Rebell und jemandem, der für seine Werte wirklich geht? Ich habe viele Rebellen gehabt, die immer rebelliert haben gegen jede Form von Führung. Aber wo sind die jetzt? Das sind jetzt die Braven, die Online-Seminare machen, die brav zu Hause sitzen, die Angst vor dem Virus haben. Freiheit, Rebellion ist oft ein Muster, was aus der Kind- oder Jugendzeit ist ein Problem mit Autoritäten. Es geht darum, um dieses Thema zu bearbeiten, zu rebellieren, einfach aus Rebellion. Aber diese Rebellen, die sind jetzt weg, wenn es wirklich um was geht. So, wir erleben eine Situation, die vergleichbar ist. Installation des Nationalsozialismus, Ermächtigung passiert jetzt auch gerade von unserer Kaiserin, Adolfine. Und da zeigt sich, ist das Rebellion einfach nur aus Spaß oder Problemen mit Autoritäten Spaß am Dagegensein? Unerledigtes Kindthema oder Jugendthema? Oder geht es darum, für Menschenwürde, für Menschenrechte, für die Rechte unserer Kinder einzutreten? Das ist der entscheidende Punkt. Wenn es ein rechtmäßiger Herrscher ist. Ich habe jetzt im Flieger mit meinen Söhnen nochmal eine Verfilmung gesehen von König des Löwen. Das ist immer wieder schön, weil es ein archetypisches Epos ist von Vater und Sohn. Und natürlich geht es darum, dem Herrscher zu dienen. Aber wenn wir einen Ska, einen vergifteten Herrscher haben, einen bösartigen, dem nicht das Wohlsein des Volkes, seiner Untertanen am Herzen liegt, sondern egoistische, bösartige Interessen, dann ist es nicht ein Zeichen von Größe, sich zu fügen, sondern dann ist es ein Zeichen von Größe dagegen anzukämpfen. Das hat dann auch der junge König getan und ihn besiegt. Also es geht um diese Frage, wem diene ich und wogegen rebelliere ich? Und die Frage ist, ob das, was hier gerade passiert, sind das rechtmäßige Herrscher? Ist unsere Kaiserin an unserem persönlichen Wohl, am Wohl des Volkes interessiert oder nicht? Diese Frage ist essentiell wichtig. Ist das, was passiert, dient das der Gesundheit der Menschen? Geht es den Menschen nach einem Jahr dieser Maßnahmen besser oder schlechter? Wie geht es unseren Kindern nach einem Jahr dieser Maßnahmen? Ist das Land freier? Sind die Menschen glücklicher? Sind wir reicher geworden? Laufen die Unternehmen besser? Geht es der Wirtschaft des Landes besser? Wie ist die ganze Atmosphäre? Hat sich das Land durch die Maßnahmen im letzten Jahr verbessert oder nicht? Frage dich, schau dich um, sprich mit Menschen, guck dir die Kinder an. Dann ist es relativ leicht zu beurteilen. Und wenn du von ausgehst, dass wir ein Despot, eine despotische Herrschaft haben, einen Ska, dann geht es darum, sein Leben zu riskieren dafür, dass ein rechtmäßiger Herrscher, der das Wohl des Volkes, das Wohl der Menschen im Blick hat, an die Macht kommt. Und nicht jemand, der die Freiheit mit Füßen tritt, die Rechte mit Füßen tritt. Das dritte Thema ist mutig sein. Ich habe in vielen Podcasts darüber geredet, ja, springe einfach runter, sprich eine schöne Frau an, riskiere einen Streit, riskiere einen Kampf, mache Dinge, die dir Angst machen. Um persönliche Grenzen zu erweitern, habe ich einiges zu geschrieben und das ist im persönlichen Bereich wichtig und da stehe ich zu und das wird immer wichtig sein. Es geht aber hier jetzt um weitaus mehr. Es geht darum, mutig zu sein, wenn es darum geht, wie willst du leben? Wie gestaltest du mit? Weil wir alle gestalten mit und wir gestalten nicht dadurch, dass wir alle vier Jahre mal ein Kreuzchen machen, was dann in die Urne versenkt wird, die Stimme eben abgeben, sondern ein komisches Parteiensystem, das angeblich unsere Meinung repräsentiert, zu unserem Wohle dient. Ich lasse mich darüber nicht weiter aussehen, weil das zeitgemäß ist oder wirklich so ist, sondern es geht darum, dass jeder von uns mitgestaltet, diese Gesellschaft. Wie ist der Kontakt zwischen den Menschen? Wie ist die Kultur? Was darf passieren? Was gestalte ich mit? Habe ich den Mut, dafür zu gehen, wofür ich gehe? Und habe ich den Mut, mich auch gegen unrechtmäßige Gesetze zu wenden? Denn die Menschen, die Männer, die Großes in der Welt gestaltet haben, haben fast immer gegen Gesetze verstoßen, waren Kriminelle. Das kannst du mit den Wissenschaftlern im Mittelalter, die waren immer gegen die Kirche, die sind exkommuniziert worden, vertrieben oder verbannt oder zum Tode verurteilt oder schlimmer noch gefoltert und in den Knast gesteckt worden. Viele Männer, die Großes vollbracht haben, sind als Ketzer. Wilhelm Reich, ein fantastischer Therapeut, dem ist ganz übel mitgespielt worden. Osho, Männer, auf die wir uns beziehen in unserer Arbeit, die eben nicht im Mainstream waren, sondern die sehr ungewöhnliche und sehr kreative Ideen von Körperpsychotherapie und therapeutischen Ansätzen vertreten haben. Stanislav Grof, das sind Leute, denen ich persönlich und auch als Psychotherapeut viel zu verdanken habe. Geniale Geister, die keine Angst hatten, gegen Gesetze zu verstoßen, gegen die Herrschenden zu gehen, gegen herrschende Meinungen zu gehen, die erst viel, viel später, wenn gefeiert werden. Und so ist es. Jemand, der groß ist, hat kein Problem mit Gesetzen, die für kleine Geister gemacht werden, die die Menschen klein halten, Gesetze, die krank machen, die Menschen knebeln. So, und wir erleben eine Gesellschaft, die sich umgestaltet. Frag dich, wie viele Einschränkungen gab es vor 20, vor 30 Jahren und wie ist das heute? Es ist heute schwer. Ein männliches, freies, mutiges, gesundes Leben zu führen und dich an alle Gesetze zu halten. Das wird zunehmend schwerer. Und frage dich, wo du stehst. Bist du ein braver Untertan? Hast du diesen kleinen Untertanengeist Hörigkeit trainiert, aus Angst, jeden Scheiß mitzumachen? Oder hast du die Größe, die Größe, dem zu folgen, was dir wichtig, wichtig ist? Was dir an Werten wichtig ist? Darum geht es. Was ist dir wichtig, Mann? Und wofür kämpfst du? Wo riskierst du im Bußgeldbescheid, Ärger zu bekommen? Wo, was willst du, dass in unserer Gesellschaft möglich ist? Und dafür gehe, dafür sei mutig. Denn das sind Dinge, für die du einmal stolz sein wirst. Unterscheide. Es geht nicht um Egoismus. Es ist ein Unterschied, ob ich die Maske zum Beispiel nicht trage, weil es sich einfach unbequem anfühlt, weil ich das irgendwie doof finde. Oder weil ich sage, das ist unmenschlich, so etwas zu tun. Ich möchte meinen Kindern nicht zumuten, dass sie mich nicht hinter einer Maske sehen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder sich als Viren schleudern fühlen. Ich möchte nicht diese Form der Distanzierung, der emotionalen Distanzierung in der Öffentlichkeit einführen, weil psychologisch da etwas ganz grundlegend kaputt gemacht wird, weil Menschen, weil die Atmosphäre verändert wird, weil zwischenmenschliche Kontakte verhindert werden, weil unsere Gesellschaft sich verändert. Das ist eine andere Motivation. Da geht es nicht um mein persönliches Befinden oder meine persönliche Zu- oder Abneigung, sondern da geht es darum, etwas für die Gesellschaft zu tun. Ich trage für die Gesellschaft keine Maske, weil ich es unmöglich finde. So wie ich zum Beispiel, wenn ich mit jemandem rede, keine Sonnenbrille trage. Ich persönlich finde es nicht toll, wenn jemand meine Augen nicht sieht. Es sei denn, man hat ein cooles, witziges Gespräch oder so. Muss das nicht dogmatisch sehen. Wenn ich aber mit jemandem über Persönliches reden will, einen innigen Kontakt aufbauen will, wenn ich zum Beispiel flirten will, dann setze ich die Sonnenbrille ab und dann bitte ich auch meinen Gegenüber, das zu tun. Weil ich will die Augen sehen, weil es ein anderer Kontakt ist über die Augen. Wir sind nicht nur Kopfwesen. Wir haben ein Herz. Wir sind soziale Wesen. Wir haben einen Körper. Und dafür muss man den Körper sehen. Unterhalte dich mal mit vollverschleierten Frauen. Viel Spaß. Wie viel persönlichen Kontakt kriegst du da? Und mit Sonnenbrille und Maske? Ja, was bleibt da noch? Da siehst du gar nichts mehr. Da ist die persönliche Ebene raus, auf der digitalen Ebene. Es wird gerade, die persönlichen Kontakte werden kaputt gemacht. Psychologische Seminare, Präsenzseminare, Kulturveranstaltungen, Kneipen, Restaurants. All das wird untersagt. Nur da gibt es den Virus. Auf der Arbeit gibt es den nicht. In Bussen gibt es den auch nicht. Merkst du, was passiert? Geh dem entgegen. Es geht nicht darum, um persönliche Vorbehalte, sondern es geht darum, oder persönlichen Nutzen, sondern es geht darum, wie gestaltest du mit diese Gesellschaft? Wenn ich Männer flirten schicke, dann geht es natürlich darum, dass sie ihre Ängste überwinden, dass sie tolle Frauen kennenlernen. Aber ich sage auch, tu was für diese Stadt, dass die Leute nicht nur shoppen gehen und einsam sind, sondern Kontakt machen. Hey, jede Frau freut sich letztendlich über einen tollen Flirt. Es sei denn, sie ist sehr schwer gestört oder durchgegendert schon von den Grünen. Und alles ist dann Machismo. Aber eine normale Frau, die irgendwie noch ein bisschen was an weiblichen Genen hat und Östrogene hat, die freut sich über ein Kompliment, dass ein Mann Interesse an ihr zeigt, selbst wenn es nicht ihr Typ ist, selbst wenn sie glücklich verheiratet, frisch verliebt ist oder sonst was. Sie freut sich darüber, dass sie als Frau wahrgenommen wird. Deshalb sage ich, tut was für die Frauen, bringt was Tolles in die Welt. Ich will in einer Welt leben, wo man flirtet. Und nicht eine Flirtwüste wie in Deutschland. Deshalb bin ich gerne in Brasilien. Da gehört das zum Alltag. Dazu, so wie Atmen. So, das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich nur daran denke, ich will jetzt eine Frau für mich haben oder ob die Männer bei mir gemeinsam Spaß haben in der Stadt, auch untereinander, sich gegenseitig den Ball zu spielen, auch eine Frau zu spielen, einfach eine gute Zeit haben, ohne jetzt, wie kriege ich eine Frau ins Bett oder wie finde ich meine Traumfrau, ohne verbissen darauf zu gucken, sondern da wird was etabliert. Ich möchte in einer Stadt sein, in der eine offene Flirt-Atmosphäre ist, wo nicht gleich jeder Flirt ein sexuelle, keine Ahnung, versuchte, wie nennt sich das in Schweden, unfreiwillige Vergewaltigung oder so ein Scheiß ist, oder eine Diskriminierung von Frauen gewertet wird, sondern wo Frauen sich freuen, wo Männer dieses Spiel, dieses uralte Ballsverhalten möglich ist. Das als ein Beispiel und das wird gerade verhindert. Das wird gerade, geh in die Innenstädte rein, seit einem Jahr guck dir das an, was da passiert und vergleich das. Nicht, dass es hier besonders toll war in Deutschland, das kann ich nicht behaupten, gerade wenn du nach Südamerika wie ich oft gehst. Aber im Vergleich zu dem, was jetzt ist, ist das wie am Nordpol jetzt. Also, gestalte mit dieser Gesellschaft, in der du leben willst, in der du wünschst, dass deine Kinder aufwachsen und gehe für deine Werte. Mann, sei mutig. Riskiere mal deinen Arsch. Zivilcourage ist gefragt. Halt dich nicht an jeden Scheiß. Wenn du mit deinen Freunden feiern willst, dann feier mit deinen Freunden. Wenn du mit einer Frau flirten willst, dann fordere sie auf, die Maske abzunehmen und dann quatscht ohne Maske miteinander, damit du ihren schönen Mund siehst. Der Mund ist ein Sexualorgan, falls du es noch nicht gehört hast. Man hat Sex nicht nur mit den Geschlechtsorganen. Und das fängt damit an, dass man sich auf den Mund guckt. Wenn eine Frau auf deinen Mund guckt, dann weißt du, die beschäftigt sich gerade unbewusst damit, wie das wäre, dich zu küssen. Wenn du natürlich so einen Mund und so Zähne wie so ein Lauterbach hast, dann guckt sie lieber da nicht hin. Der sollte lieber eine Maske tragen. Wenn du aber einen gepflegten Mund hast, gepflegte Zähne hast und eine Frau mit einem schönen Mund, hey, dann guckt man sich auf den Mund. Das ist eine sexuelle Anziehung, die da passiert. Das ist alles weg mit der Maske. Also lass dir diese Lebensfreude nicht nehmen durch die verstörenden und unmenschlichen Maßnahmen, die diese Menschen, die diese Maßnahmen verordnen. Guck sie dir an und frage dich, wie viel Lebensfreude haben diese Menschen? Sind das die? Willst du so leben wie die? Was strahlen die aus? Frage dich das. Und dann zieh deine Schlüsse und lass dich nicht einsperren. Sei mutig, sei frei, sei männlich. Solche Männer wünsche ich mir und für solche Männer biete ich mein Herzenskriegertraining an, damit wir hier in Deutschland und in der ganzen Welt das Ruder rumreißen und in einer positiven Weise diese Gesellschaft wieder zu einer freien Gesellschaft machen, zu einer freudigen, einer kulturell vielfältigen Gesellschaft machen, einer Gesellschaft von Kontakten, von vielfältigen Sozialkontakten, eine flirtfreudige Gesellschaft, eine Gesellschaft von Männern und Frauen, die das Leben genießen, die glücklich sind, die in Kontakt sind und ein starkes Immunsystem haben, die tief atmen, die sich nicht abhängig machen aus Angst, aus Angst vor einem Virus, aus Angst vor irgendeiner Mutantin. Ich bin auch, Mensch, wie viele brasilianische Mutantinnen habe ich jetzt in den letzten fünf Monaten getroffen. Und ich bin kerngesund. Ich kann euch sagen, brasilianische Mutantinnen sind gar nicht so schlecht wie in der Presse angeblich gesagt. Also, haltet euch an die brasilianischen Mutantinnen, das sind die allerschlimmsten. Das wird ja schon in der Presse auch gesagt. Die sind wirklich schlimm. Aber anders als dargestellt. In diesem Sinne. Also nicht alle brasilianischen Mutantinnen sind gut. Man muss schon auswählen. Aber es gibt da richtig Gute. Soviel als kleiner Geheimtipp am Rande. Lasst euch nicht von dem, was gerade da ist, Angst machen. Nicht Angst vor den Maßnahmen, Angst vor, dass die Nachbarn dich denunzieren, Angst vor einem Bußgeldbescheid, Angst, deine Arbeitsstelle zu verlieren, wenn du dich nicht testen lässt. Mach den ganzen Scheiß nicht mit. Wenn du nicht daran glaubst, an diese Pandemie, wenn du nicht glaubst, an den Sinn dieser PCR-Tests, die sowieso nicht zugelassen und vielen Staaten verboten sind, wenn du nicht glaubst, an diese Impfung, dann lass es verdammt nochmal. Und geh deinen Weg. Geh aufrecht. Geh aufrecht als Mann deinen Weg. Du setzt nicht wie unsere Vorväter oft dein Leben ein, wenn du für deine Meinung gehst. So weit sind wir noch nicht. Du setzt ein, dass dein Social Media Kanal gesperrt wird. Ja. Du setzt ein, dass deine Nachbarn über dich schimpfen. Du setzt ein, dass du einen Prozess auf der Arbeit hast. oder Ärger in der Schule mit deinen Kindern. Ja, das setzt du ein. Aber frag dich, ob es sich lohnt. Hör auf, feiger Mitläufer zu sein. Finde eine Position. Glaub nicht alles hinterfrage. Finde deine Position, wie sich unsere Gesellschaft gerade verändert und gestalte sie als Mann aktiv mit. Solche Männer unterstütze ich und solche Männer möchte ich sehen in den nächsten Herzenskriegertrainings, wo ich für diese Männer da bin. In diesem Sinne, Mann, ich wünsche dir ein mutiges, ein geiles, ein freies Leben als Mann. Musik 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 Vielen Dank.